assalamu alaikum meine lieben alle sind am fressen wie geht's euch da oben ist mir hier die beiden kleen bambus hat dich der hihi weggescheucht hey die ganzen hillers sind da ja komm bambi ich hab doch noch einen anderen teller für dich ja komm hier ja kannst du futtern lasse hellers die haben hunger kommt na ja heute müssen wir ausmisten ja fein wie sie aussieht ja ihr seid wieder lieb kriegst du wieder trätze sieht ein bisschen danach aus kommt es wieder zurück der mist prinzessor assalamu alaikum meine lieben hier ist wieder die radiga der boris und die babs das waren die ersten katzen die welche gefüttert haben babs hat keinen hunger die kriegt von der nachbarin hühnchen und reis so wie ich verstanden habe da oben sitzt die lana drin ist der bambi und der prinz ja boris haut rein normal ich habe heute den ganzen tag nicht gefilmt das ist schon 17 uhr haben die auch noch nie die haben nichts mehr morgen kommt ja die kommen die arbeiter da geht es weiter mit dem swimming pool die fressen noch an der melone ich wollte kehren aber habe ich dann doch nicht mehr gemacht ja muss man auch machen vielleicht später schmeckt die melone schön kühl aus dem kühlschrank und du mausi ich habe ich gestern noch eingecremt machen wir mal licht an hier sieht so verwühlt aus nee aber keine haare keine haare nichts gut kein fell ausgerobft dann gibt es dann ich nix hier ist der kleine bambi na mr bambus so was ist das habe ich eingecremt und vergessen zu zu machen ach das war heute morgen stimmt heute morgen war es ja naja ich bin auch mischuke ich habe heute morgen eine minute gefilmt sehe ich gerade bisschen im stall bis die katzen für dich das war's na du tiki ihr mäuse ja heute war der ganze tag die türe offen und die katzen ach da kommt der mio komm wenn beim wenn babs keinen hunger hat darf mio wieder sich voll futtern ich habe der mausi gesagt sie soll katzenfutter den katzen geben das ganze ding voll gemacht ich komme es ist alles leer also wieviel sind denn da drin ist doch locker 200 gramm naja gut kein wunder dass sie keinen hunger haben die haben schon viel gefressen oli bestimmt auch da mache ich euch wieder wasser ja der diener der tiere kommen ja hoheit wissen sie lassen sie sich schmecken fisch und fleisch ist die mischung und ihr wollt raus kommt bis wir raus wir haben heute spaghetti bekommen die kann wasser gehabt oder was wie sie zum wasser gehen wir sind schlechte farmer ja wasser ist leer und die gucken ganze zeit auf das wasser und eier haben wir genug jetzt komm raus was ist hier los keine eier haben wir jetzt auch eier stop nachdem ich groß rum gesagt wir haben immer eier ja barra 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 naja gut 246 eier vielleicht noch im stall welche wollen wir mal gucken kann man hier noch eier jetzt wird es weniger da nummer sieben da sich das versteckt sich unter der feder ne das habe ich mitgezählt 246 ja egal kann man nicht jeden tag fünf eier aus dem popo machen gerne wir wollen mal netzer sagen dass man noch die enden raus komm ich mache euch wasser das ist ein böses bild die armen armen tiere die kriegen kein wasser auf der farm von dieser deutschen das gibt es doch nicht ja unbelievable ja ich gehe halt davon aus wenn ich zur mause sagt gibt das futter rein dass sie auch wasser macht hat sie halt nicht alles selber machen ist egal wie ist der genug mit der polis macht habt ihr genug gefressen jetzt kommt raus barra barra wie viel eier haben wir heute so für zwei mehr das wird nichts mehr seit ich den reifen reingetan hat machen die nichts mehr na gut und er hat mir die tür kaputt gemacht ja die tür schie es kommt von den zu tunet in armen beißen mit den armen beißen pupsi mit deinen koteletten ich bringe essen menschen schaut mal das ist nicht die penny das ist einer von den großen putten der erstmal kurz da hoch geflattert der hammer müssen wir gleich die flügel stutzen du wahnsinn wie groß der ist wo willst du hin wer nach oben guckt wer knurrt das so ach wer bist du jetzt wieder neuer du siehst aus ein alter kater das ist der vater von boris oder wedelt und ich habe damit mein bambi und gucken dem puter ich zu lana hockt da sitzt da aber ist jetzt gerade weggefahren auf die insel da ist eine trauerfeier da muss er wieder hin oder will dann nach oben muss man gleich eliminieren ja also jetzt kommt jetzt kommen immer mehr katzen hierher leute wie spricht sich das denn rum dass hier futter gibt die katzen kommunizieren oder wie da gibt es futter jeder runter insel runter 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 genau guck mal wie groß die schon sind wahnsinn das ist eine putenfarm bald katzenfarm putenfarm miu wo bist du komm mal den dreck müssen wir auch machen ah ich hab keine lust immer arbeiten gell miu da bist du komm ich räum das jetzt mal rein du hast ein leben ha ja so schön habibi ja schön schlafen ist immer noch nicht trocken seht ihr das trocknet noch ja ihr seid so goldig ja miu hat gefressen aber nicht alles das wird dann jemand fressen der boris sitzt hier guck mal der wird immer dicker ja boris schau mal na hast du schon was auf den rippen habibi ja 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 für die impfung vorbereiten das spürt er gar ganz stark gezwickt gekniffen ja frisst man schön da ist wieder ach die healer sind da habt ihr getrunken bei den hasen naja ja die kinder haben heute meinen mann geärgert die haben sich so gestritten dass er gesagt hat jeder in dein zimmer hat geht er nicht raus sind sie daheim ja das ist halt so manchmal streiten sich die kinder das ist brutal wegen nix tom und jerry das königreich der kaninchen wurde gesäubert seht ihr das ist die ausbeute alles ausgekehrt ja ich hoffe den kaninchen gefällt es ach ihr habt ja noch trockenfutter und ich bringe neues ahja ist auch egal so frisst euch voll ich gebe kein trockenfutter habe ich noch gesagt ja ja ok jetzt hol ich noch frisches heu ok so ist es hier im lade das schützt man schon leute ich brauche kein fitnessstudio um meine figur zu halten haja wer will heute schon abnehmen ist alles überbewertet alles larifari guckt euch die unglücklichen models an hallo wir bleiben wie wir sind und gucken dass wir nicht noch mehr kriegen warum ist denn das heu da macht der tee die hasen so haja 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 so das wird einfach hier drauf geschmissen dann können die von unten fressen von der seite rechts und links und gut ist so na das sind die schlafgemächer hier die badezimmer na hier haben wir esszimmer hier äh ja und das große esszimmer im aufenthaltsraum und vier verschiedene schlafzimmer und da ist das gästezimmer da hinten da schlafen nur gäste gell schicki halas boy so was machen wir jetzt damit das lassen wir liegen oh nein müssen wir auch wegräumen aber nicht jetzt das kann noch ein bisschen von der sonne vielleicht fressen sie noch die schildis denen schmeckt das auch und du guck dir mal deinen bauch an die kleine kater ja habibi so huff wieder neuer kater ja na penny wie siehts aus teofip hm die dürfen jetzt neben deinen küken bleiben siehst du ja die sind jetzt auch langsam groß die meisten hennen wären jetzt schon weg die penny ist eine wirklich gute mama die ist immer noch neben ihren küken die meisten hennen hätten die küken schon verlassen also muss ich echt sagen die passt immer noch auf die peggy bandy hat nicht so lange geklotzt gell ja ok jetzt fülle ich mir hier wieder auf katzenfutter aber heute gibt es nichts mehr nur für morgen früh ja frisk don't worry frisk da sind auch wieder die hillers unten da habe ich den rest gegeben von boris boris ja miau 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 hier haben die kinder gestern noch gespielt da sind alle nachbarskinder gekommen ja ups jetzt bin ich dir auf die foto getreten malisch hier ist schon wieder neuer sand da hinten auch wieder neu ja beton wo ist der der muss noch kommen oder was ja dann geht es morgen los kann ich wieder kochen guck dir den an neuer kater liegt da ganz lasziv auf meiner veranda du siehst aus wie der vater von boris gell die gleichen augen guck mal wie schmutzig der arme der ist eigentlich weiß im gesicht das ist dreck aber der sieht den buff olli so ähnlich was sagt ihr ne der olli du lass den ja fein bist du auch so ein lieber wie der olli ja fein du bist ein liebe ja boris ja fein ich tue immer mit den augen zwinkern und immer weggucken angucken weggucken angucken weggucken und zwinkern das heißt in katzensprache brauchst keine angst haben jo fein fein naja hat doch hat nicht geklappt die katzensprache aber bei meinen klappt es die sind schon am arbeiten ich komme gerade vom live video ja und die lana immer hinter uns die will immer gucken wow geh mal weg pass auf ich habe jetzt gerade mein mann gesagt so die sollen das rund machen hier hier das wird alles wand weil wir wollen ja hier mal irgendwas hinmalen und hier auch jones auf das haus zusammen zu schlagen lana na gefällt es dir darf dann auch mal im pool schubsen mal rein hier wird der motor sein wo das wasser abpumpt dann denke ich mal wird der schlauch hier rüber kommen zum wasser geben und hier oder weiß ich nicht und hier will ich noch ein paar jones wir müssen das runter schlagen entschuldigung ähm ups erleicht zu ich euch noch äh hier noch ein paar pflanzen hinstellen wir werden doch nicht hier so eine erhöhung machen weil ihr habt ja recht wegen dem reinspringen dann sollen sie nur von hier springen they will jump only from here Aywa I need it round here I need it more round not kedar like tschuk 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 ma achim khadar rohuni standing it should be man fahschi aslan anyway not here up here straight just around the edges schwaier round the edges not working we must make it like this it's round here also Mahmood it's round little bit not so hard yeah like a knife I know it's not heavy you need to bring ten sec ah what is this they broke it marshy and here they put also another one sah we must take the butter away because they will go back and make kaka inside ah that they move from here hilfst du mir die enten wegzubringen Dave you've got to give a Greg while he's腹 saying he'sывать he's behaving now we're talking to him again your belly huh yeah let's take the, help me he'sicar very easy father you see everything ah they go alone or what das waren die ziegen sagif alibata haji blue hallo klatsch für die enten die bringen dir süßigkeiten go in the front faster faster go in the front you also machmuth i'm here also me go back this is bloody mary you must go in the front those bloody mary the ugly goats is the problem are the problem normally you must get take this one don't oh jetzt sind sie wieder zurück just catch one and throw it you'll i catch the other one helas you bring it ich machmuthut mich mal weg von den männern die sollen nicht klotzen der eifersüchtige klotz nicht meine frau oh guck mal der miu ist hier miu lana du hübsche miu grün blau werden die augen la 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 mash you have all one missing da kommen die enten hast dich am fuß bloody mary flieg 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 jetzt müssen wir euch wieder vergesellschaften mit den anderen naja geht mal bloß halt in das zimmer hier ist mein prinz wieder im kühlen bestimmt hä ne ist er nicht das ist immer noch nass hier ist noch nicht getrocknet gelane kommt mal rein wo ist denn der prinz und der bambi bleibt mal hier drin jetzt machen wir zu jetzt wird die zeit zum schlafen bambi wo bist du denn guck mal die haben das hä wo ist die kacke hin oh nein die schildkröten haben das gefressen es gibt es doch nicht guck mal habe ich vergessen zum müll zu bringen aua vor allem auch noch das gemisch da mit dem streu streu you know the zoglophar eat the kacke from the cats unbelievable aua hold hot das blech ah bambi i know i look for you come can you open the room just must look for a prince where he is yalla la 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 ah schnell zurückschmeiß ok leid jetzt noch der prinz der fehlt der ist draußen wahrscheinlich der liegt in papyrus immer was los ich muss jetzt reingehen i will make the patates now with the new chopper der halat der mixer i know he is here not oh prinz wo bist du denn jetzt 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 kann ich den kater suchen you see prinz you see prinz hä der ist weg ist ja ganz komisch prinz ps, 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 ps das ist nicht ist nicht normal der kann nicht weggehen der muss hier sein ist der auf dem balkon miu Der ist doch noch mal schon lange drin mit seinem Fell, oder? Hei den Ei. First I bring the cat inside and then... Hab ich den übersehen da drin? Prinz! Bist du im Loch? Nee. Dann muss der drin sein. Ich habe es nicht gesehen. Guck mal. Ich bin mir schon wieder dabei. Aufgetrissen. Ja, ich komme. Nee, der Prinz ist nicht hier. Immer fehlt einer, gell? Also, wir finden den Prinz nicht. Wir suchen schon die ganze Zeit. Ich war auf allen drei Etagen. Wir haben bei der Schwiegermutter gesucht. Prinz! Komm! Überall schreien wir Prinz. Ist kein Prinz da. Auch bei der Nachbarin waren wir. Jetzt mache ich mir wirklich Gedanken. Ne, geh du! Ne, geh du! Prinz! Ah ja, Prinz! Kibir Abiyat! Naja, in der Harte geht's, komm an! Gestern. Gestern war er noch da, sagt er. Heute war er auch noch schon da. Ach nee. Hamdullah habe ich jetzt die Ofenkartoffeln. Die Kartoffeln im Ofen, meine ich. Ich habe schon gedacht, dass er da in dem Kühlen liegt. Yunus war schon da oben. Ich habe alles abgesucht. Mal Fisch. Weil das ist auch voll heiß für den. Das geht nicht. Der muss in das Zimmer. Es ist total heiß. Bei der Schwiegermutter ist er auch nicht. Bei der Schwiegermutter ist er auch nicht. Heidei. Ah ja, das ist das Baby von der Babs da oben. Das weint da rum. Ach nee. Das ist der Kater. Guck jetzt mal hier. Prinz. Prinz, lecker, lecker. Guck mal in dem alten Haus. Aber der geht nicht raus normalerweise. Ich verstehe das nicht. Hier sind Schaitan. Hier ist der Schaitan. Hier ist nix. Aber guck mal. Hörst du das? Ja. Nee, da geh ich nicht hoch. Wer jault da? Hier ist Baby. Ich habe auch noch ein Problem. Das eine Ohr ist taub. Ich höre nix. Ich kann das gar nicht orten, wenn ein Ohr zu ist, von wo das Geräusch kommt. Baby, da oben geht. Die will runter und kann nicht runter. Jetzt müssen wir die Feuerwehr holen. Ja, Babs. Finde mal Ruhe. Hatte mal Ruhe. Babs, wir holen dein Baby. Hier ist was los, Leute. Wir suchen immer noch, jetzt sind wir wieder in dem alten Haus. Prinz, lecker, lecker. Also meine Sorge ist, dass ihn jemand geklaut hat. Auf der Straße, Auto angehalten, Prinz eingesackt. Guck mal, eine Katze. Hallo. Hallo, Hanna. Hallo, komm hin. Prinz. Nee, der wird kommen. Was ist los? Sind die Kitten da? Aho. Wo ist die Otter? Edi. Für er. Wie der guckt. Was siehst du da? Ein Geist? Was ist da? Ja. Ah ja. Wo ist sehr viel Hagger. Wir sehen hier nichts. Aber die Katze sieht was. Guck mal. Du kriegst doch Angst. Was siehst du? Du bleibst hier. Ich steig mal hoch. Schaut, hier ist das Loch, wo sie immer zu uns kommen. Wenn der schläft, der Prinz. Oh, guck mal. Hier sind Katzen. Da kann alles runterknallen, brechen. Oh, nee, du. Prinz. Bismillah. Der ist nicht da. Komm, ich geh raus. Da krieg ich Angst. Das kann nämlich jederzeit einbrechen. Guck mal, hier haben sie ein Ei geklaut. Marsch. Ja, hier ist auch schön kühl. Wenn er hier wär, wär ja gut. Nicht hin. Nicht hin. Guck mal hier die Halle. Für ihn. Für ihn. Ich bin hier ein kleines Haus. Guck mal hier. Prinz. Die süßte Kinder. Lecker, lecker. Lecker. Gebe. Ich explicitere Molager. Sie sind hier. Hundefon, mein день. Mais in den Stücken. Hundefüße. Ich mate, schatz hear you in den Schneiduschen. Hundefüße vom trees. Hundefüße sind hier. Hältst du mich? Ja, Hundefüße und Hundespuren. der wird schon kommen inshallah prinz komm lecker lecker letzter versuch kommt nimmer jetzt sind dann stock damit er sich wehren kann mama ist doch da unser haus das ist das alte haus hier ist gleich unser stall also wir laufen nicht weit weg sind nur einmal rumgelaufen hier durchs feld prinz lecker lecker was wir stehlen wir stehlen nichts guck mal hier sind babys von unserer palme da wachsen die prinz ehrlich steh auch dahin zum bohr ist der bohr ist club wir hauen alle ab ja das ist das essen hier wieder schöne patates gebratenes rindfleisch super zart hier ägyptischer salat viel koriander eiswasser mit leitungswasser das trinken und jeder stückle brot dazu und prinz ist immer noch nicht da jetzt der pool ist fertig also fährt das sieht schön aus ich war jetzt lange nicht da hat mittag geschlafen aber und die kreis der don't touch something hier will ich auch noch zement am boden machen dann ist es am besten da hat er braucht der kerle das ist das runde was ich wollte ja ist nicht rund geworden ist egal die die ecke wird auch ein bissel ich finde ich glaube wir einmal superman spiderman ja klar superman spiderman hör den boden hä wie ich in der boden wird später noch gemacht oder wie oder was das muss das hat doch voll die löcher junis sag mal ruhig mal man muss sich konzentrieren weil wenn die weggehen ist vorbei hier sind doch total die löcher guck mal hier haben sie gespart das sieht nicht schön aus das macht gut noch nicht fertig pass mal auf mit dem brigg dass der nicht kaputt geht hallo finger weg jones lasst es lasst es lasst es lasst alles so genau wie es ist alles hat seine funktion hier sogar der lumpen ich kann dir das sagen aber zu dem mund jetzt ich ja guck ich will meinen schrank verkaufen die spielsachen und ein bisschen spielsachen für die armen wir sprechen nach jones mahmoud it's not finish it's when you put now water inside for many holes it's even here it's not working you say to them what is this look here you see this down who will make this all the stones you see the water the water will go down you mount here from outside also this must be more thick with the cement this is must be thick something liquid will come and how this is looking this is also not nice look we will feel it from inside there and then you the corner will be not nice you should do this before you're so sour you're angry and what about this wall what is this this is i was thinking you make all this wall until here also this is why i say three seconds not working you must bring ten mahmoud when we have these people they look how this full ugly and the senen will go here inside in these holes we should do this summer we should do this summer we make all the walls yeah the wusser ah witness ihr seid zeuge it's prince prince wo war der ich war nämlich gerade im alten haus vorhin und habe nicht gesehen sag mal ich hab da und hier machen sie jetzt den in den pool mahmoud you say that it also must be from every side much cement you know from up down in the side kalas prinz ist zurück ja prinz wo war schon du hier von wo von wo hier hier dann ist das hier runter gesprungen das gibt es doch nicht ah ja gut hamdolillah du verrückter kater prinz ich habe gedacht jemand hat dich geklaut habibi guck mal wie schmutzig du bist wo warst du guck mal das gesicht ganz schmutzig warst du ab, eine schwarzarbeiter du ha hamdolillah prinz ist weg mr malik he's coming he's coming gut ha hm gut tillig ich hab's dir gesagt der mag doch kein ventilator ne jetzt geht er weg guck ich kenn ihn doch aber ich mag okay meine lieben das war's mit dem video wenn du fotos Felste he he glaube ich it like yeah her last boy